Toll Ah Verstanden Gerade so, ey Gerade so Ja, ich hab ihn aufgehört Wo will ich den haben? Da Würfel herholen Ich brauch einen Der muss genau in meinen Dix rein Also muss er dahin Dann kann ich da ein Portal setzen Und ihn da hochbringen Und dann lass ich ihn fallen Das heißt Ne, das geht ja gar nicht Wie soll ich denn denn? Doch Andere Seite Rüber Hoch Und Blau Oh, was war das? Das war nichts Das war nichts Das war nichts Ja, ja, fick dich, ey Test-Euphorie Test-Euphorie Ja, toll Jetzt wird er noch bekloppt als er jetzt schon sowieso ist, ey Und der Ladebildschir Und der Ladebildschir Ja, press any key to continue Der Guthal Der Guthal Den hat die in Japan auch Ähm, ähm Ich hab gedacht, vielleicht Proximität zu der Test-Solving Das könnte uns stärkere Resulte geben Das wird nicht Was war das? Nichts, nichts Oh, sorry, ich könnte hab'n versprochen, du sagst Wie, jetzt kommt er her? Wie, jetzt kommt er her? Er fährt die ganze Kammer weg Ist ja geil Okay Okay, was passiert jetzt? Da wird ein Würfel rausgeschossen Den wir natürlich auffangen werden Jetzt muss ich da wieder hoch Oh So, was, äh, was? Ah, bless your little primate brain I'm not actually in the room with you, am I? Technology It's complicated You can't hurt the big old god face Na gut, das war, äh, ein Unfall Okay Jetzt will ich da aufgehalten werden Deswegen fahr' ich das dahin Springt mein Würfel dahin Zack Ich weiß immer noch nicht, was ich da mal machen will, aber Ach so Ja, Mensch, das ist doch super Jetzt will ich den nur dahin kriegen, ohne zu sterben Doch, das geht Los Los Fuck Ah Neuer Würfel Neues Glück Ganz großes Kino Ganz großes Kino Ja Ich weiß nicht Ich weiß nicht, wie wir die Nicht, dass mir noch mehr so'ner Scheiße hier passiert. Oh Gott. Ich merke gerade, ich komme nicht zurück. Fuck. Ich habe irgendwas nicht gedacht. Geh' mir noch mal weg. Nein, bin ich nicht. Wie komme ich denn? Okay, erst mal zurück. Ich werde wohl die Turrets ausschalten müssen. Oder ich stelle da einfach eine Wand hin. Was natürlich ein bisschen klüger wäre. Und nochmal die ganze Schose hier, ey. Alter, ist das jetzt nicht. Oh Gott, ey. Na komm schon. Dann eine Wand da. Eine Wand da. Nee, 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 nee. Ciao. So. So. Jetzt haben wir da die blaue. Und das passt. Schon ein bisschen besser als vorher. Oh, können die mich nicht treffen. Meine Fresse, das war ja hässlich. Immer noch Blue Screen. Wasser. Ich trinke Wasser. Wie in dieser Vio-Werbung Da ist wohl jemand nicht ganz frisch im Kopf Das ist so ne geile Scheiß-Werbung Daumen hoch, wenn ihr die kennt Die Vio-Werbung, wo der Lehrer Der Werk Den Hasen rettet Und dann 10 At once Get a more sort of concentrated burst of science Oh, on a related note I am gonna need you to solve these 10 times as fast Anyway, just give me a wave, would you Before you solve this one, alright? I don't want to spoil the ending And when I watch it later Ah, das sieht ja schon wieder gut aus Wohin schutest du mich? Bam Ah, dann komm ich Hier raus Und fliege hoffentlich hoch genug Nebenleben Äh Okay Das ist merkwürdig Achso, ich sollte hier anfangen Laserbeams Der aktiviert das Und dann kann ich mit dem hochfahren Und dann kann ich mich runterfallen lassen Den Cube holen Der das hier aktiviert Was Den Fallstuhl runterfahren lässt Du mäßiger Cube Guck dich mal an, ey Von einem deiner Zwillinge Fehlt eine Hälfte So, was mache ich jetzt Hoch So, jetzt geht die Plattform runter Jetzt will ich den noch aktivieren Das mache ich Wie? Hier ist noch einer Den brauche ich Dann muss ich da rauskommen Ey Okay Okay, das bedeutet Da will ich rausschießen Dann schicke ich mich da hoch Oh, das geht gar nicht Ha Das ist jetzt ärgerlich Okay Was ist, wenn ich dich interrupte? Dann hörst du auf Dann mache ich Achso Den habe ich auch noch Vielleicht reicht das ja sogar Ja, das reicht Boah Hier geht mächtig was schief Okay Jetzt kann ich wieder hoch Nehme die beiden mit Der muss Ich habe nur einen Strahl Das heißt, der muss da rein Okay Jetzt ist der schon mal unten Jetzt will ich den noch runter haben Und den anderen dann hoch Das mache ich Indem ich Den Würfel hier hinstelle Und wenn ich jetzt Mein Portal schließe Fährt er hoch Dann habe ich hier den Strahl wieder Ich lasse ihn hochfahren Und dann kommt er runter Und dann ändere ich das Und dann habe ich es Also so So Ah, der Cube liegt da noch Fuck Okay, im richtigen Moment Abbrechen Ähm Ich will Den Roten weg haben Nein, warte Er soll da liegen bleiben Also Jetzt Okay Du Würfel Verpiss dich Dann mache ich Strahl Strahl Ja Meine Gedankenkänge Kann man gut verfolgen Wenn ich das so sage Oder Das war ein geiler Test Irgendwie Jetzt muss ich das Interrupten Und zack Ah, du hast es gerade Ich habe es dir gesagt 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 Warum hast du es so hart für mich Erinnerst du, wenn ich dir gesagt Dass er spezifisch für schlechte Entscheidungen gemacht hat Denn ich denke Er hat es nicht Aufmerksamkeit zu behalten Schade Wir werden alle sterben Und ein Ladebildschirm Aber die Kamera war cool Wie fandet ihr die Kamera? Erzählt schon Towscreen Immer wieder schön zu sehen Zwölf Was Was Self-destructing Already fixed Programmed in One last tremor For all the time Two I have one or two more tremors In there Just for fun Warning Core overheating I know Keep it strong I'm not a monster Ignore what he's saying But just keep on testing Keep on testing Uh huh Uh huh Uh huh